Hallo! 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 Kurz Break! So, nach einem kurzen Break dürft ihr noch ein letztes Mal die Position wechseln, so wie der Nils jetzt gerade ist. Wir gehen nochmal in den Vierfüßlerstand. Hier bitte die Knie nach oben nehmen. Wenn das irgendjemand da draußen zu leicht sein sollte, kann er das gerne mal ausprobieren. Nils, mach es bitte mal vor, mit beiden Knien seitlich nach vorn zu ziehen. Aber das ist schon echt anstrengend. Das ist anstrengend. Na? Beste? Beste? Ja. Ist vor allem zuständig um unsere Zellen und unseren Körperbaustein. Ach, zu einleicht. Ja, das ist halt echt blöd. Ich kann mich eigentlich nicht hochbewegen. Ich weiß auch, dass das nicht mehr in einem Video ist. Das ist ja so, dass wir dich drauf warten. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, aber es ist ja cooler, wenn es wirklich so ist und dann kommt der... Ja. Achso, ich muss dann werfen oben, ne? Ja. Einmal hochgehen und dann nach hinten werfen. Ja. Ja, okay, war aber... Aber... Gut. Okay. Dann nochmal. Warte, warte, warte. Ja, ich lasse eh laufen. Komm, schneide oben. Okay. Fähigkeit, Bewegungen kontrolliert auszuführen. Mach doch! Bitte, Abwech. Bein, Abwech. Bein, Abwech. Bein, Abwech. Bein, Abwech. Bleue bei 5x. Bein, Abwech. Handy, Abwech. Abwech. Ich hab' dir gedacht, du hast das. Ja. Nicht überstehen.